Oberkommando Ende. Verbündete unterwegs zu Alpha 1. Sektor Alpha unter Kontrolle. Großteil der Sektoren unter unserer Kontrolle. Kontakt! Wir haben den Feind angegriffen! Bring mir einen Sieg, NoPads! Sichert diese Sektoren! Alpha 1 unter Feindbeschuss! Sektor Charlie ist unter unserer Kontrolle! Ah! Okay! Data 1 unter russischer Kontrolle! Wenn wir Sie nicht aufhalten, nehmen Sie jeden Sektor ein! Okay! Oh! Oh! Die Russen haben Sektor Charlie. 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 Sie sind der Vorteil. Die Gegner haben Sektor Echo erobert. Sie verkaufen sich so teuer wie möglich. Die Russen haben Sektor Charlie. 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 Die Russen haben Sektor commitiert. Wir haben Verletzte! Verletzte! Oh, come on. Sektor Delta ist an die Russen gefallen. Gesamtressourcen nur noch bei 50 Prozent. Feind, das Sektor Bravo gesichert. Oh, 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 oh. Was ist das? Verste! Verste! Russischer Angriff auf eines unserer Ziele. Ein Ziel wird angegriffen. Seid vorsichtig da draußen. Feindliche Kampfverbände attackieren eines unserer Ziele. Wir haben ein Ziel übernommen. Sektor Bravo wurde gesichert. Herzlich wegfahren! Ich muss nachladen! Russische Truppen haben Bravo 1 attackiert. Ich muss nachladen! 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 Wir haben nichts mehr zu verlieren! Kämpft um zu siegen! Ich muss nachladen! 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 Feindliche Truppen kontrollieren den Großteil der Sektoren. Alle Truppen, Rückzug. Wir können nicht gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020